ja ich habe fast Minus 2 Milliarden dann machen wir uns halt einen neuen Steam-Account auf weil du kannst nämlich 5 Steam-Account mit deinem Account verknüpfen das heißt Olli Spiele die du jetzt hast hast, hast du dann auch in dem anderen und dann kann ich halt mal wieder von 0 beginnen machen wir Road to ich war mit B fast fertig ich bin weitergegangen nochmal Road to Prestige 10 Level 70 ich mach jetzt gleich nachher das so ist die Frage ist ob sich das jetzt rendiert wie vor der Spitze das ist doch so ne also ist das der Feind hat Bravo Scheiße ja wo ist denn der oh kämpft du die richtige Hurensauke sie überlaufen uns diese Positionen reinnehmen das ist echt ois bei mir ist irgendwo noch mit Störer aber ich sehe ihn nicht ja alles war uns gesichert ja alles war uns gesichert alles war uns gesichert sehr gut geht zu B Ich hab das mal anders überlegt. Plazifix. Angst, sterb. Ich probier's mal bei B. Wir können C probieren. Wir verlieren Alpha! A! Wir verlieren Alpha! 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 Aber ich hab's! Und ich lebe so! Ich hab A gekillt. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Oh, Predator hat's schon! So ein Payfloor hat's geschafft! Ich weiß nicht, ich hab's gemein, aber... Ich hab ein Predator! Verbündete Predator-Drohne im Anschluss! Fuck! Wir gingen zu A. Wir verlieren A! Was für ein Wichser! Stell dir das hinten auf die Möbel! Waschmaschinen, die da frei rum steht! Spülmaschinen, Waschmaschinen! Spülmaschinen! Hör mal! Ach, komm! Wo sie überall am Gimpen sind! Sind wir hier wieder bei Gimpen hier was? 3, 2, 1... Ach, komm! Und... Türbildschirm-Wochten nur... Atemrenaten! 1, 2, 1... Das werden wir dann malhaft! Wir verlieren Zäh! Wir verlieren Zäh! Wir verlieren Zäh! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! ach komm nein ich habe ihn in 3,2,1, jetzt ah, gib mir doch einfach von vorne wir verlieren B ja, ich habe ihn aber jetzt ist es B wieder wir verlieren Bravo okay fuck das war fast der quadrube wohl ach komm leute wir haben so schnell wie mir unser Zeiger wir verlieren das ist brutal das war wir haben weißt du weißt du mach du 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 Das ist so brutal. 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 und kann alles in die ganze zeit doch können oben kennt auch eine ober und andere auch ein immer und dann so besser bei einer grundspunkte punkt wo ihr die snap das habe ich mir anders vorgestellt ich bin auf weg zu dir zu beachten die muss erst mal überleben ich verstehe ja ich stirb die ganze zeit für irgendeine leute in irgendein buschhocken und man nicht mehr ich verstehe es nicht wo die auf einmal herkamen ich gehe das ach komm on hey was ist denn los ich gehe mal zu c auch mich nicht kc wird von zwei positionen bekämpft k k k ach doch bin kämpfer da hinten und da hat er gleich der auf wenn du mich nicht umbringst dann können wir uns nicht um er hat die Atombombe wir sterben die Atombombe und sei dass es gar nicht leicht ist wir verlieren das ist ja nicht mehr wie du hörst ja komisch ich habe die Atombombe ich habe den Atombombe runter da werden wir sicher da werden wir sicher Jetzt warte die A2 und A3, aber gut. Alter, jetzt fügt man die A3. Alter. Ich bin abgestürzt. Wir bringen uns selber mal so, dass wir das gut auskennen. Ich bin voll am Anfang, ob ich vermutlich nicht so schlafen will. Das habe ich noch gemacht. 1,24. 9,23. Beste. Ich werde die Polizei zum Bombe einsetzen. A wird gesichert. Warte jetzt noch. Ja, bis wahrscheinlich 105. Alpha gesichert. B gesichert. Jetzt hat Holmer Sinn. Links von dir, Freunde. Wer verblenden. Wer verblenden. So geht's. Sorge noch. Wir verlieren Alpha! Aaaaah! Wir haben auch verloren! 28,3. Danach hat er nichts mehr hingeschissen bekommen, der Typ. Nein, nicht mehr viel. Nichts mehr. Ich bin zu 29. Ich bin nicht letzter. Wo fällt? Ja, stimmt. 29 Debs ist es schon. Ja. Man kennt den Mann, er hat mit dir gechittet. Ja, aber warte mal, was hat mich so oft gekillt? Ich glaube, der hat mich mit einem Harry... Ich bin kaum gespawnden. Ja, und die A13, noch will ich auch noch.